warum darfst du nur bis 0 bis 1 ist ja schon relativ spät aber so kennt viele wenn ich jetzt den sagt so wie ich gedacht hätte die ich in dir sage er hättest du mich so dumm für so dumm gehalten ich wollte gerade sagen ich kenne leute die kennen leute die arbeiten bei treyark aber das hat sich so das hat sich so dumm an weil so verstehst du ja ich kenne auch freunde diesen freunde von den freunden einer freunde von den freunden meiner freunde von den freunden der freunde von der freundin des freundes freundes der ist auch bauarbeiter nein naja ich will jetzt nicht sagen dass ich vor wie will event wusste das ding das gut so eine ground wird dass man sich selbst heilt ja okay jetzt haben es doch schon früher aus und aber ich weiß nicht sein dass ich das früh wusste nie so eine akk 12 die ist schon wie findest du so eine akk 12 wenn ich wüsste was eine akk 12 ist also ich kenne ich mit waffen überhaupt nicht aus da ist einfach mal eine fliege auf meinem bildschirm was auch immer so das kenne ich dir zu gut wenn man abends zockt oder halt jetzt so guckst du mir gerade zu nehmen mein dach an dem der guten abend an denen der gerade so guckt ich spiele gerade pures gold hab nichts gegen wenn jemand mitspielen möchte hat man nicht ja lief einfach nicht mehr zu überhaupt nichts dagegen wenn du mitspielen möchtest er geht einfach hat man nicht ins team weiß ich schon ja glaubt schon ja ja ich denke abonniert jena ich schaue jetzt dein stream macht das supporte mich nur ja normal ich hab gedisliked es ist ein guter support ich wollte gerade bauen das war hervorragend wenn du ne pump hast dann bist du bombe dann hast du ich meine aber wer findet heute ist es so dumm mit dir zu reden und währenddessen zu schauen alter dann macht stream die ton leise wie heißt du eigentlich nicht oliver deswegen kommt der name ofa ins spiel hervor kreativ eigentlich ich weiß also eigentlich ich weiß auch nur aus spaß gemeint so wie ist eine kiste aufgebaut eine kiste besteht aus munition holz munition ressource waffe und gadget kleinigkeit item wie auch immer und so ein kleiner tränkchen erklärst du gott ein zuschauer was wir vor den kisten du bist der einzige zuschauer wen soll ich das doch bitte schon erzählen ich schaue glaube ich gar nicht mehr zu jetzt hausdruck hat ich bin sogar wieder rausgegangen ja weil ich mein handy weggelegt habe jetzt noch wenig so offen lassen können ich bin so ein deutscher also so in ihrem stück entspricht deutsch wirklich in jedem grad fall lege ich mich hin ist eine reaktion ich habe doch irgendwo noch eine bogeybomb gesehen alter ich sehe gerade alles mögliche ich habe doch hier noch eine bogeybomb da ist er ich habe meist im inhalt während also mein gameplay der interesse leute macht bitte nicht das nach wie ich spiele das war ein versuch wert aboniert alle der pizza bote unterstrich unterstrich auf ihn ich habe den absoluten no scope also es war kein no scope aber es war auch kein quickscope es war so eine mischung aus so wollte es zielen aber hast nicht komplett gezielt und da genau ist das scope ist halt so rangegangen und das war in dem zirn und ich habe jetzt zwei hp überlebt und dann richtigen zirn und ausgeteilt und ich will eigentlich die größte nuklein snipen das ist drei leute die sich pushen wir haben alle den selben klaren sektes was komplett der spiel gegen eine sechste mann party ich liebe es so das habe ich immer bei rainbow man vor allem vor allem vorhin ich fange das ich fange ich fange youtube an und das passiert die ich kriege einen besucher nach dem anderen und jeder dritte davon der möchte mit mir spielen jetzt heute ich mache gestern und heute ich mache streams kein keiner guckt mir zu und keiner fragt mich an die auch kann ich mal mit zocken weil alle leute suchen die zwei akte 3 akteo bin chance zehn prozent oder sowas oder fünf prozent mindestens alias carry es soll ja echt auf ebay typen geben die winz verkaufen das ist eigentlich y-achse die y-achse die achse die nach von unten nach oben verläuft also wenn die aus ist dann ist nun mal egal musst du nicht wissen musst du nicht verstehen schießen zielen non air button ja das ist alles schön guter wo kann ich ausstehen dass ich gedrückt dass ich um das wenn ich so dass ich wenn ich drücke mein scope permanent aktiviert bleibt weil es nervt mich ich will drücken und dann scope ich und wenn ich auch jetzt bedrückten dann soll ich dann will ich nicht mehr scopen ich muss einmal gesorgt lassen ich verstehe und von konkurrenzieren ich habe so gechallengt hat man nie so dumm gespielt das ist meine schlechteste runde der welt ich höre bei mir jemanden mit mini gar nach unten ballern alter ich wundere nicht gleich oben bin ich mache 90 prozent der leben weg aber ich kriege das ist eine gute die 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 Warum hast du dich dazu entschieden, PS4 zu spielen? Warum hast du dich dazu entschieden, PS4 zu spielen? Weil, du warst vorhin online, ich wollte dir zu John und dir, hallo zu grüßen, aber nein, du bist abwesend, ich kann dir nicht zutaten, wenn du abwesend bist, das ist so lächerlich Und die geschrieben habe ich dann auch nicht, weil ich mich dann um das Discord-Problem gekümmert habe Ne, warte, das Discord-Problem war ja dann fertig Und dann kam halt ein Dark Bull rein Er ist der beste Mensch der Welt Der beste Mensch der Welt Und hat dann mit mir zocken wollen, weil er unbedingt die Woche fertig haben möchte Die, diese heutige, die, diese Woche, die, die wochige Woche Jo, das war's schon wieder Die Wochenaufgaben von dieser Woche Die Wochenaufgaben von dieser Woche, dankeschön Der ist noch gerade ein Discord drin, den hörst du nicht Und ja, dann habe ich mit denen halt eine Weile lang gezockt Deswegen, ich warte die ganze Zeit auf dich Komm herbei tu Er hat keinen Bock mehr auf Fortnite Er ist, äh, fertig mit Leben Kannst du dir so vorstellen wie Kai Junge, nur weil ich heute den ganzen Tag schon Fortnite gespielt hab Das ist nicht wie Kai Kai hört sich nämlich an wie ein Dummkopf Äh, Kai, der, äh, zockt so lange in Fortnite, bis er, äh, bis er an Fortnite, ähm, ähm, bis er wegen, ähm, irgendwelche Glücksschüsse, äh, gestorben wird und dann noch direkt gefinished wird Dann, 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 dann hat er überhaupt keinen Bock mehr Dann, ähm, disconnectet er, schließt, ähm, schließt dann Fortnite und öffnet, äh, Overwatch und spielt dann eine Weile Overwatch und teilt das dann wieder auf, ähm, den ganzen Und teilt das dann, äh, dementsprechend dann auf Snapchat Ach Gott, so ein Typ ist das Ja, aber ich, es, es fackt halt auch, dieser random Faktor Bullet Drop, dass die Bullets aus dem Bullet Drop nie, ähm, nie, ähm, halt nie aufhören, weil, ich hab ein Tücken Clip gesehen, es ist ja immer ein fucking 4K weiter schoss, also er ist einfach random in die Luft, äh, 4K meterweit Komm, komm mal, komm mal mit, ähm, äh, Gruppe 9 rein, hier, äh, möchte ich vielleicht Palotti herholen Gruppe 9, sagst du Wir finden Gruppe 9, genau Okay, ein Ding Okay, ein Ding, ähm Ey, du bringst mir jetzt Glück in meiner Vorratsbox Natürlich, bitte sehr, ich gebe dir mein Glück, dafür werde ich jetzt gleich kein Win machen Okay, egal Komm, bitte ne Waffe Die Waffe hab ich schon Schade, es war ne Waffe, siehst du, mein Glück war da Ja, nein, Waffen sind eh voll selten aus der Boxe, halt, die Waffe hab ich schon Machst du halt doppelt, ist ein Level Up Hä, stimmt, hab ich jetzt Waffen zweimal oder was? Nein, nicht Resource Takeover Das ist der schlimmste Modus der Welt Was, was ist mein Modus? Resource Takeover Ressourcen Sammeln Over, ja, over ist mein Name Ja, was gibt's Hallo Hi Na Snipes Ja Hör doch auf, wenn man die Kleinkinder direkt zu mobben Ähm Ich hab's gar Soll ich den Handzeiger in die Copyright Verletzungen reintrücken? Hast du, hast du, äh äh Hast du Bock zu spielen? Hi 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 Alter, na wie geht's? Na wie geht's, Janik? Gut, und ihr? Mir geht's hervorragend Zuck Ja, ja, mich kennengelernt, der kann's nur gut gehen Ja, super wahrscheinlich gut dann und dann frage ich mich wieder hergekommen ist verletzungen reindrücken darf habe seine vp nicht speichern können das war so heftig alle waren immer gut also die erste runde die ich duo gespielt habe ich habe direkt erst mal einen win bekommen mit meinem freund nur so erstes duo mit meinem besten freund und ich habe direkt nur winden sonst hat er nur solo gespielt ich gehe zu dem typen hin wenn ich weg gucke wenn ich richtung osten gucke sehe ich den ich gucke richtung süd dann sehe ich den back aber so ein back habe ich schon mal gehabt der ging aber nicht von süden nach osten sondern das ist das ist eine fb einstellung ich kann es nicht beschreiben das weißt du da weißt du nicht gut Das war's. Nein. Ja, das gibt's. Wir sind wieder alleine. Jetzt schon, ja, ich weiß. Der will's wissen, der Typ will's wissen, alter. Neue Diegel, neue Munition. Jetzt komm ich zu dem rüber. Panna. Ich bin zwei Hits gegeben. Mal gucken, wie viel... Berlin ist gestorben. Schade. RIP Berlin. Nein, der Typ hat... Berlin lebt als Profilbild. Verstehst du? Ja, ja, ja. Bisschen. Bisschen. Holz, 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 Holz. Halbautomatische Scharfschützengewehr. Metall, Metall. Sprungfalle. Schlechte Munition. Sturmgewehr, Sturmgewehr. Ja, gut. Ähm. Schon zwei Kills, Leute. Vor allem, der ist sofort gestorben. Der Junge macht das Game Bock. Hier was? Der Junge macht das Game Bock. Der Junge macht so Laune, Junge. Fack, hab noch vier Kugeln. Und töt' ich mich mit dem Splitter Night. Ich stehe 25, 10. Uff, Digga. Uff. vor allem der typ gammelt da sieht nicht dass ich baue ich baue noch hin zu ihm schildern der weile er dreht sich um ich gebe ihm 75er moment ist da noch ein bisschen leben nicht voll das war schlecht ich glaube die ohne verlieren wir aber ich habe einen guten score auf kug ich habe noch ein sauf kug wahrscheinlich habe ich so scheiße gespielt seit dem ich meine woche fertig habe seitdem spiele ich besser meine mp7 wieder die mp7 ist die geilste waffe der welt ich freue mich schon wieder einfach aus das gemacht so ist nicht normal aber nie so viel spaß in einem spiel gehabt ok nur noch 28 leute ich muss mal kurz gucken sie werden sehr fähig auf zeltetower kommt es ist immer so kommt die taue keine titel tower geist gibt doch immer titel tower geist ne titel tower war noch in der zone ist keine die titel tower geist kommt nachher hat diese runde wenn ich die jetzt sind zwar 26 leute noch da aber vor allem pro gold cherry pump ist erstmal extrem selten sie geht schon gerade nur ist es ist so dumm und dann challenge ich auch noch zu mann ja ich bin wieder erster ja das war es schon wieder mache ich nur solo runde dann war es das auch für heute wenn man so wenig schuss hat dass man die waffen vom gegner aufheben muss dann weißt du dass du gut bist jetzt ja 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 Ich mach jetzt noch ne stinknormale Solo Runde und ich versuch safe zu spielen, ne nicht Ich versuch lieber nicht so safe zu spielen, ja was gibt's? Ich stehe 31 10 in der größten Schwitzerlobby gegen eine 6-Mann-Party, 31 10. Bist du ja absolut krank. Wie so ein-Mann-Party bist du der einzige Mann in dem Game oder wie? Nein, gegen eine 6-Mann-Party. Also 6 Leute, die alle im Diskurs sind, permanent Callout. Und ich stehe gegen die... Warte, was hab ich gesagt? 49 10. Nicht normal, Jun, nicht normal. Ja, komm noch von der anderen Seite, du. Ich hab schon Bock auf eine andere AR, die kostet ungefähr AR für einen Tag. So zum Testen auf Dooley. Mh, ein Tag, 4, 2. Ja, die hol ich mir mal für einen Tag. Erstmal AR die Zeit spielen, um zu wissen, ob die Kurse ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das Game macht's so laut, das muss quermachen. Und jetzt geht's, müsste es besser werden. Nur man findet halt absolut keine Lobbys, weil es absolut halbe 1 in der Nacht ist. Ja, es ist einfach Nacht. Es ist einfach gleich 1 Uhr. Weshalb die meisten Schwitzer schon wieder online sind. Die dann so, so, so. Ha, wirklich. Hauptsache Chef Strobl ist online. Und Miki TV. Wahrscheinlich, grüße hinaus. Nein, ist echt so. Streamst du immer noch? Findest du das nicht grad unnötig? Wie viele Zuschauer hast du? Zurzeit null. Ja, findest du das nicht hart unnötig? Ja, es geht mir irgendwie. Aber wenn's Spaß macht. Ich hab auch manchmal überlegt, Streamer zu werden. Hört sich so an, aber auch mal anzufangen zu streamen einfach. Ich werde den Streamen, es bringt eh noch nichts. Wer will, dass ich noch weiter streamen, der schreibt in die nächsten Videos, Kommentare weiter streamen oder Hashtag weiter streamen und abonniert und liked, ob dir es trotzdem noch gefällt. Das war's mit mir erstmal. Ciao, bis auf Wiedersehen. Nein, daneben geklickt. Die... ...